Moins und Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir und in diesem Video möchte ich einmal über das Thema Urgestein reden, also die Währung, die ihr braucht, um neue Helden zu ziehen. Denn viele haben mich gefragt, ey, yo, wie kann ich Urgestein farben? Und ich muss euch halt leider ein bisschen enttäuschen, man kann zwar anfangs auch Urgestein relativ gut farben, aber über die Zeit wird das immer weniger und weniger und weniger und dann wird es irgendwann auf einen Schlag plötzlich wieder viel, 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 viel mehr und das wird ein guter Schlag und das wird ein guter Moment für euch alle. Doch das erkläre ich im Verlauf dieses Videos. Bevor ich damit starte, wollte ich einmal ganz kurz Eigenwerbung machen, denn ich stream heute Abend wieder um 21 Uhr auf twitch.tv slash sonius94. Allgemein stream ich da jeden Dienstag, Freitag, als auch Sonntags und Genshin Impact. Auf jeden Fall erstmal Freitags und Sonntags. Schaut gerne dort vorbei, würde mich sehr freuen, der Link ist in der Videobeschreibung. Das läuft aktuell sehr, 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 sehr gut. Ich bin echt happy über euer Feedback dort aktuell. Das ist wirklich cool, von daher geht einmal kurz ein Dankeschön auf jeden Fall raus an euch. Doch beschäftigen wir uns jetzt mit dem Urgestein, also die Währung, die ihr hier ganz entspannt braucht, um beim Gebet neue Helden zu ziehen, denn das Urgestein könnt ihr in diese Währung tauschen und könnt dann theoretisch hier eure Summons machen. Davon werde ich bestimmt heute Abend auch einen Stream machen übrigens. Also kommen wir erstmal zu den einzigen, beziehungsweise zu der im Beginner oder für die Anfänger wiederholbaren Primal Gems, beziehungsweise Urgestein, die ihr kriegen könnt. Und das ist eigentlich nur ein einziger Weg tatsächlich, den Beginner haben. Und das sind hier die täglichen Missionen, von denen ihr vier Stück ab Adventure Rank Stufe 12 kriegt. Von daher solltet ihr auch so schnell wie möglich Stufe 12 werden, damit ihr schnell diese täglichen Missionen freischaltet und dann schnell euch hier das Urgestein abholen könnt. Und dort seht ihr auch relativ gut auf einen Schlag direkt, wie viele Urgesteine ihr kriegen könnt. Für jede einzelne Mission gibt es jeweils 10 Urgesteine. Und wenn ihr nochmal allesamt abgeschlossen habt, kriegt ihr hier nochmal 20 Urgesteine um drauf, was relativ cool ist, bedeutet 60 Urgesteine ist das einzige, was euch jeden Tag gesichert wird, was ihr an aktuellen Urgesteinen kriegt. Nebenher läuft auch aktuell noch ein Login-Event, das heißt einfach nur dadurch, dass ihr euch einloggt bis zum 10. Oktober, kriegt ihr auch noch 160 Urgesteine. Aber das ist natürlich nichts langfristiges, falls ihr jetzt erst in einem Monat auf das Video draufklickt. Aber seid auf jeden Fall aktiv, immer zu schauen, ob es vielleicht in Zukunft auch andere Login-Events gibt. Und wenn ja, loggt euch auf jeden Fall täglich ein, wenn ihr da alle Belohnungen mitnehmen wollt. Es gibt allerdings noch eine weitere Spielmechanik im Spiel, die euch irgendwann regelmäßig sehr viel Urgesteine geben wird. Die ist allerdings eher etwas für den Endgame-Content. Am Anfang wird es euch auch vorkommen, beziehungsweise denkt ihr, das ist vielleicht nur ein einmaliger Bonus. Und das ist hier ganz hinten der Spiral Abyss, beziehungsweise der gewundene Abgrund auf Deutsch. Und dort kriegt ihr auch Urgesteine oben drauf. Zu Beginn, wenn ihr da drauf schaut, da könnt ihr ab Adventure Rank 20 rein. Da müsst ihr über die Map reinfliegen, über den Teleportstein, der woanders steht. Zumindest kommt ihr dann hier rein und dann seht ihr, hier sind die Belohnungen 300 Gems pro Floor am Anfang. Das wird hier später ein bisschen weniger, da kann ich leider noch nicht draufklicken. Aber hier sind es auch noch 300, irgendwann sind es hier 150. Nichtsdestotrotz ist das hier natürlich theoretisch eine einmalige Quest. Das heißt, ihr geht hier rein in diesen Spiral Abyss, fahren das erste Level mit drei Sternen überall, das zweite, das dritte und so weiter, hoch bis zum achten. Nehmt dann euer ganzes Urgestein mit, was halt relativ wertvoll ist. Das heißt, sobald ihr Adventure Rank 20 seid, lohnt es sich hier auf jeden Fall einmal vorbeizuschauen, und schon mal dieses Urgestein mitzunehmen. Und das Ganze sind erstmal, wie gesagt, nur einmalige Belohnungen. Allerdings seht ihr hier hinten auch noch verschlossenen Content. Und dieser Content gibt euch plötzlich auf einen Schlag viel mehr Spiral, beziehungsweise Urgestein, wenn ihr Endgame-Teams bauen könnt. Denn das wird wahrscheinlich sehr harter Content werden. Ich bin noch nicht da, ich hab's noch nicht ausprobiert. Aber allein von dem, was man gehört hat, wie schwer es schon sein soll, bis Stufe 8 zu kommen, wird halt das hier nochmal um einiges schwerer. Und zwar sind hier die Floors 9 bis 12, also vier verschiedene Floors, für die ihr hier nicht mehr die 100 kriegt, sondern da kommen, glaube ich, erst diese 50, die ich eben gerade im Video erwähnt habe. Bedeutet, da kriegt ihr noch 50 pro Level, also 150 pro Pro. Macht von 9 bis 12 hier Floors 150, 600 Urgestein, die ihr für die Floors 9 bis 12 kriegen könnt. Und jetzt die mega gute und wertvolle Info, warum ihr wahrscheinlich so schnell wie möglich in dieses Endgame kommen wollt und so schnell wie möglich eure Helden leveln wollt. Die Floors 9 bis 12 resetten jede Woche. Bedeutet, ihr schafft es einmal dahin, schafft es, Floor 9 zu clearn, könnt ihr jede Woche 150 Urgestein farmen. Wenn ihr dann auch noch 10, 11 und 12 schafft, könnt ihr theoretisch jede Woche irgendwann 600 Urgestein farmen. Das ist also ein extrem guter Weg, um zukünftig an Free-to-Play-Währung ranzukommen, neben den 60 durch die täglichen Missionen. Hier kriegt ihr tatsächlich noch mehr als 60 am Tag. Es geht ja schon fast in die Richtung 90. Irgendwas zwischen 18 und 90 am Tag müssten das denn hier sein, wenn ihr irgendwann alle Floors gecleared kriegt. Also extrem wertvoll achtet auf jeden Fall auf das Spiral Beasts. Das ist wahrscheinlich irgendwann eure beste Methode, kostenlos an Urgestein ranzukommen, so viel wie möglich. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall hier aktiv. Nichtsdestotrotz möchte ich euch im weiteren Verlauf des Videos noch ganz viele einmalige Methoden vorstellen, wie ihr Urgestein farmen könnt. Denn dort gibt es für sehr viele Sachen, sehr, sehr kleinteilig immer mal wieder Urgestein, aber auch so kommt natürlich langfristig irgendwas zusammen. Wenn ihr, sagen wir, 1000 mal 2 von dem Urgestein kriegt, dann seid ihr am Ende bei 2000 Urgestein und habt dann schon mal relativ viel, dass ihr zumindest ein Multi und auch 3 extra Puls machen könnt. Und die erste Methode dafür, die hier halt nur einmalig ist, sind die Main-Quests und die Side-Quests. Da kriegt ihr auch ab und an hier mal Urgestein raus. Hier seht ihr zum Beispiel, würde ich 60 Urgestein kriegen, hier 50, also achtet darauf. Hier könnt ihr regelmäßig auch Urgestein mitnehmen. Natürlich, das ist nur was einmaliges, das ist etwas, was man auch nicht so häufig und so viel spielt. Von daher wird man hier nicht so viel kriegen. Ich glaube, die Main-Quests, die gehen auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, dass man Urgestein kriegt und irgendwann hört das auf. Und dann ist man halt hier auf die Weltaufträge, also auf die Side-Quests angewiesen, um noch weiter Urgestein aus Quests mitzunehmen. Das nächste ist auch etwas, was ihr standardmäßig eigentlich immer nebenbei machen solltet. Und das ist hier das Aufdecken der ganzen Teleportationspunkte und der Statuen. Wenn ihr den Teleportationspunkt erreicht und den aktiviert, dass ihr sagt, ich möchte mich jetzt hierhin teleportieren können, kriegt ihr jedes Mal 5 Urgestein. Und bei den Statuen der 7 kriegt ihr sogar 10 Urgestein, also auch etwas, was ihr nehmen möchte, neben dem Wert, dass man das sowieso so oder so mitnehmen möchte, dadurch, dass man sich hierhin teleportieren kann. Eine neue Funktion, die tatsächlich erst mit der Vollversion hinzugefügt wurde, das heißt, die gab es so in der Beta nicht, wobei da gab es halt das Spiral Abyss, das sich Floor 1 bis 8 resetet hat, aber nichtsdestotrotz, diese Funktion gab es damals in der Beta noch nicht. Und das sind die Errungenschaften. Die Errungenschaften sind auch etwas, was ihr nur einmalig jeweils abschließen könnt, aber dort kriegt ihr halt auch für jeden Missionsabschluss 5 bis 10 von diesem Urgestein. Es lohnt sich meistens nicht so sehr, hier wirklich speziell sich zu sagen, ich farme mir das Urgestein hier rüber, dadurch, dass man hier teilweise sehr lange braucht, um einzelne Missionen zu erfüllen. Aber das ist etwas, was man nebenher natürlich gerne mitnimmt. Die nächste Funktionalität ist wahrscheinlich auch eine, die ihr einfach nebenher macht, und das ist hier diese Exkursion. Jedes Mal, wenn ihr ein Kapitel abschließt, kriegt ihr hier auch zu Beginn 50 von dem Urgestein, und das erhöht sich irgendwann auf 100. Die Willungen sind allgemein sowieso so gut, dass ich hoffe, dass ihr sie sowieso nebenher versucht zu erfüllen. Also ich brauche jetzt nur noch ein Artefakt und einen Ruinjäger, das sollte ich eigentlich auch möglichst schnell machen, damit ich hier die ganzen Boni mitnehme. Zu guter Letzt kann ich nur noch den Tipp geben, weiter die Weltkarte zu entdecken. Ihr werdet immer wieder Kisten überall finden. Theoretisch, wenn ihr Kisten speziell suchen wollt, könntet ihr auch diese World Map nehmen, die ich euch in einem einzelnen Video vorgestellt habe, wo ihr einfach online im Browser euch angucken könnt, wo die einzelnen Kisten liegen. Gerade die Forster und die Freestar-Truhen sind natürlich sehr wertvolle Truhen, die man gerne mal über das Tool mitnehmen kann, wenn man selber nicht entdecken möchte. Allerdings würde ich euch nicht empfehlen, zu hinzugehen und zu sagen, ich entdecke die komplette Weltkarte nur über dieses Tool, dann verliert ihr irgendwann die Lust an dem Spiel. Nichtsdestotrotz könnt ihr hierüber halt am Ende noch vergessen oder verpasste Forster und Freestar-Truhen suchen und die geben euch auch jedes Mal Urgestein, wenn ihr welche öffnet. Aber auch schon die kleinen Truhen, die ihr überall in der Welt seht, die häufig von Gegnern bewacht werden oder von Mini-Challenge-Subs bewacht werden, geben euch meistens noch ein bisschen Urgestein. Und das sind diese zwei Urgesteine, die ich am Anfang des Videos meinte, wo ihr bei 1000 Truhen am Ende des Tages, beziehungsweise bei 800 Truhen, habt ihr schon einen Multi-Summon. Bedenkt das immer nebenbei. Natürlich ist es sehr, sehr wenig und sehr kleinteilig, aber es ist Urgestein, das man nebenher farmt. Das sind so alle Wege, die wir jetzt aktuell im Spiel drin haben, um Urgestein zu farmen. Ich hoffe, es ist genug für euch, was ihr mitnehmen könnt, für eure ganzen Summonings, die ihr Free-to-Play machen wollt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, hoffe ich sehr, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Das supportet mich hier auf dem Channel immer sehr. Und mit dem Wort möchte ich mich auch von euch verabschieden an dieser Stelle, von euch natürlich nochmal. Schöne Götzke bedoppelt euch. Ich bin ein bisschen verwirrt, es ist spät. Das war es auf jeden Fall von mir, eurem Sonius94.